Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu New Super Mario Bros. EU. Es sind nur noch zwei Level in der Superstar Boulevard. Die letzten zwei Level, naaah, es ging, es war nicht ultra schwer, aber es hat trotzdem gefordert und jetzt kommt... Euer Ernst? Lucky to, lucky to, lucky to? Really? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr, wollt ihr, dass ich wieder heulend wegrenne? Wollt ihr das wirklich? Nein. Okay, da ist auf jeden Fall schon mal die erste Starcoin. Die war sehr, sehr einfach zu holen. Aber sobald lucky to kommt, bin ich sowas von gearscht. Und da ist er auch schon. Da ist er auch schon, der Fettsack. Ich hasse Lucky to. Hau, hau bloß mit deinem, hau bloß mit deinem... Ja, natürlich! Weißt du schon, geht er mir direkt auf den Sack. Zwei? 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 Okay, ich hab die zweite Starcoin. Dankeschön. Okay, bis jetzt... Drei, das war mir irgendwie... Das war mir aber irgendwie klar, dass drei kommen, weil... Es hieß ja Lucky to, Lucky to, Lucky to, nicht nur zweimal. Oh, no! Äh, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Okay, die Starcoins sind jetzt nicht schwer versteckt. Okay, ja, aber... Ich muss mir kurz mal im Auge kratzen. Nein, Lucky to hau mal ab, ich muss mir grad mal mein Auge kratzen. Das ist so ein Arsch, ey. Oh, nee, mal mein Auge kratzen darf ich. Ja, super, danke, Feuerbogen. Danke für nix. Okay, einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Bis zur zweiten Starcoin, einfach weiterlaufen. Aber nicht abstürzen. Nicht abstürzen. Hau ab. Natürlich. Egal. Ist egal. Kann mir Lappen sein. Ich bekomme eh wieder eine. So, und jetzt aufpassen. Ist egal. Wie soll ich denn bitte da unten an die Starcoin hinkommen? Da gibt mir aber auch gar keinen Sinn. Egal, ich gehe erst mal ins Ziel. Ich will die zwei Starcoins schon mal behalten. Wie komme ich an die dritte? Ich habe das Gefühl, ich brauche dafür eine Lucky to Wolke. Aber wie komme ich an die Lucky to dran? Das ist jetzt meine Frage. Wie komme ich an die ran? Okay. Kling mal schon irgendwie. Äh, Pilz, 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 Pilz. Nein! Pilz! Warum? Warum, warum warst du Suizid? Ich hätte, wer haben denn? Mann! Du bist so ein Arsch. Mal gucken, was da unten drin ist. Münzen! Yay! Bringt mir ja auch wirklich so viel. Ich bin begeistert. So, auf die Starcoins kann ich jetzt scheißen. Weil ich halt kann, ja. Okay. Es geht mir jetzt nur darum, irgendwie den Lucky to dazu zu bekommen. Ich habe schon das Gefühl, ich muss es irgendwie hier machen. Ja. Jetzt muss ich nur noch zur Wolke kommen. Ja. Darauf scheißen wir jetzt einfach mal. Achso, die Wolke geht schon wieder weg. Okay. Dann halt nicht! Ist auch okay. Ja, wie? Mann! Mann! Und zu mir! Äh! Och, Pilz. Nicht Suizid, danke. Das war schön Dreisprung gemacht. Das war noch nicht mal so beabsichtlich, aber gut, wenn er will. So, die hätte ich auch gerne. So, der kann mich am Arsch. Einfach weiterlaufen bis zur Stelle, wo die letzte Starcoin ist. Der Rest brauchte ich wirklich nicht zu interessieren. So, das war jetzt irgendwo hier, ne? Das ist nur die Frage, wie komme ich jetzt an die Lucky tos ran? So hoch kann ich auch gar nicht springen. Ja, vielleicht hier. Bin aber auch nicht so sicher. Mann, was soll ich da machen? Ich hänge fest. Mann! Hilfe! Ja. Wie? Ganz ehrlich, wie? Wie? Gib mir... Sag mir wie! Das ist doch pure Scheiße, ist das. Ich hab mich jetzt kaputtgedacht, ich hab jetzt mich getötet. Mann! Erstmal die Chips-Tüle wegtreten hier. Oh! Ich will doch nur die letzte Star... Ich hab nur noch ein Reich leben. Scheiße. Oh, ich darf nicht mehr so oft sterben. Oh, nicht schon wieder sterben. Dankeschön. Oh, meine Fresse! Es kann doch nicht wahr sein! Es kann doch nicht wahr sein! Ich stehe aber am einzigsten Gegner im kompletten Level. Also abgesehen von den Lucky Tuts. Und den Stachelfiechern. Oh, meine Fresse, Mario, du bist so eine... Bist du behindert? Ganz ehrlich, der hat Drogen genommen. Also was von. Ich weiß nicht, was für Drogen er genommen hat, aber die Wand erscheint sehr, sehr gut. Einfach durchschauen. Fick dich! Ich brauch jetzt hier einen Pilz. Gib mir den Pilz! Hilfe! Gib mir den Pilz! Gib mir sofort den Pilz! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Wie soll ich denn an einen drankommen? Jetzt mal ganz im Ernst. Die einzigste Möglichkeit, die ich noch sehe, wäre hier. Ach, ich komme da nicht mehr hoch. Ach so, ja, ergibt Sinn. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Natürlich! Ich gehe jetzt einfach ins Ziel. Ich habe keinen Bock, jetzt ein Leben zu verschwenden. Oh, meine Hände tun scheiße weh jetzt. Ich hätte noch eine andere Idee, da hinzukommen, ja? Aber ich hätte noch eine andere Idee. Dafür müsste ich allerdings mit dem Pilz durchkommen, ohne getroffen zu werden. Und das ist Folter. Das ist Folter. Das kann ich auch jetzt schon sagen. Okay. Und da wäre es schon beinahe gewesen, der Tod. Oh mein Gott! Alter! Nein! Du Wichser! Du Wichser! Komm her! Gut, jetzt war die Wolke tauschen. Nochmal die Wolke tauschen. Das ist ein P-Switch, egal. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hau ab! Hau bloß ab! Junge! Ja, 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 ja. Ho, 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 ja. Ja, ha, 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 ha. Yes! Oh, Lucky Tooth fickt euch, ey. Ich hasse euch, ihr seid so behinderte Kackgegner Boah Boah Leute, wir haben leider schon 11,5 Minuten rum Ich habe ja eigentlich gedacht, wir schaffen zwei Level im Part Aber heute nicht Okay Dann sehen wir das letzte, höchstwahrscheinlich letzte Aber ich glaube noch nicht mal, dass es das letzte ist Lass euch mal überraschen Ich weiß es selber nicht mehr genau Aber ich sage jetzt mein Anführungszeichen Letzte Level das Superstar Bull war Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es im nächsten Plan wieder einschalten Das war's für mich, F1 Ich sage mich, Stahin, Tschüss